Ja gut, sagen wir so, dass ich hier alles à la minute koche, so wie es bestellt wird, seien die Soße wie die Nudeln, ja, werden alle frisch zubereitet und es sind mehr oder weniger zu 90 Prozent sind auf jeden Fall meine eigenen Rezepte. Ich halte mich auch nicht ganz einfach eine Carbonara, die weltbekannt ist, aber ich halte mich nicht direkt an das Rezept. Ich mache es, wenn ich denke, ich kann es besser, dann mache ich es und das ist einer der Gründe. Die Nudeln, die am meisten gegessen werden, sind die Penne Alfredo, das ist eine Steinpilzsoße und dann die Loculus, die kommt auch aus dem Loculuskeller, die mein erstes Lokal in Bayreuth war, in der Mackstraße und Loculus und Penne Alfredo sind die zwei Schlager, die immer viel gehen.